Von Andrea Mantegna, einem der einflussreichsten Künstler der italienischen Frührenaissance, besitzt das Städelmuseum eines der wenigen frühen Gemälde, das erhalten geblieben ist. Die um 1450 entstandene Darstellung des Evangelisten Markus. Selbstbewusst hat der Künstler sein Werk unten am Fenster bereits signiert. An der Fenstereinfassung zeigt sich Mantegnas Kenntnis antiker Architekturelemente in den Marmoreinlagen und den Perlenstäben. Die Architektur und das in gekonter Verkürzung ins Bild gesetzte große Buch in der Fensterlaibung lassen erkennen, dass der Künstler die Geheimnisse der neuen Zentralperspektive kannte. Sie ermöglichte es, den Bildraum mit geometrischen Mitteln räumlich richtig zu gestalten. Die detailrealistisch genaue Schilderung der Goldborte mit ihrem Perl- und Edelsteinbesatz zeigt, dass Mantegna auch die zeitgleiche niederländische Malerei studiert hatte, um solche malerischen Effekte zu erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017